Musik Wir freuen uns, dass ihr alle willkommen seid. Mein Name ist Birgit Kuchenreiter, das ist Silvia Schmelzer. Wir zeigen euch heute ein bisschen die Stadt Kassel, nicht nur die Sehenswürdigkeiten und die Highlights, sondern auch, falls da mal ganz entferntes Interesse danach bestehen sollte, wo nette Kneipen sind, wo man net essen gehen kann, wo es auch jenseits der Kultur nette Location sind. Bei Fragen, hier ist die Fachfrau, immer sagen, hallo, ich hätte da ganz gerne noch eine Frage. Das Ganze wird dann gegen 12 Uhr enden am Rennthof und dort gibt es ein bisschen eine kleine Stärkung. Das Ganze wird dann gegen 12 Uhr enden am Rennthof und dort gibt es eine kleine Stärkung. Das Ganze wird dann gegen 12 Uhr enden am Rennthof und dort gibt es eine kleine Stärkung.